Geh mal feste drauf. Mach du das ruhig. Lass dir Zeit. Chill ein bisschen. Ein bisschen durchhängen. Du kannst mich eh nicht mehr platt machen. Dankeschön. Das nenne ich doch ein paar Level für Omnimon, oder? Donnerschlag 3. Oh. Hey, hey, hey. Schon wieder? Was habe ich denn jetzt gelernt? Oh, Kuvermon. Hey, hey, hey. Komm, wir gehen jetzt mal gerade wieder zurück. Heidevitska, Heidevitska. Aber wir können doch eigentlich hier Export nehmen, oder? Wir sind doch hier. Wir sind nicht auf der Flucht, aber trotzdem. So. Wir sind ja ein bisschen faul. Ich mag faul. Nein! Tja, du, ne? Nein, nicht. Wie bist du denn bekloppt? So, ausloggen. Ich bitte drum. Du hattest dir ja ganz schön etwas eingebrockt. Ruhe dich jetzt aus. Das hast du dir verdient. Nein. Gibt es da auch fünf Fälle von? Ich würde sagen, machen wir einfach in der nächsten Folge mit den ganzen Herausforderungen weiter. Oder machen die erstmal. Ich habe das Gefühl, die hintergeht uns. Bist du umhergelaufen und hast dich verirrt? So wirkt es jedenfalls. Omni-Man wartet oben auf dem Gebäude. Nun gehe ich schon endlich. Aber irgendwie glaube ich auch nicht, dass die böse ist. Warte mal. Noch mal kurz shoppen. Das muss jetzt sein. Ein bisschen shoppen, das ist fein. So muss das sein. Wir haben fast ein Million Yen, liebe Freunde. Müssen wir doch erstmal so ein bisschen sacken lassen, oder? Ja. Niederbelebungskapseln. Ich habe doch in dem Kampf fünf Stück benutzt. So. Ja, wer braucht schon ein normales Omni-Mon, wenn ein Omni-Mon-Swart hat? Wie dem auch sei, liebe Freunde. Ich speichere hier an der Stelle. Wir sehen uns dann sowieso gleich wieder. Und ich würde dann sagen, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon Stories Cyber Sloth. Wir haben es beim letzten Mal gegen die Dämonenkönige geschafft. Und haben ein paar Ritter platt gemacht. Bevor wir hier anfangen. Wir wechseln nochmal das T-Shirt. Jimmy Ken auf keinen Fall. Biomon. Warum eigentlich nicht? Hatten wir noch nicht. Ich weiß gar nicht, was hatten wir jetzt hier. Es ist Gott sei Dank auch wieder abgekühlt. Ich hatte ja davor schon eine Aufnahme gemacht beim Mass Effect Andromeda. Jetzt ein paar Tage später ist es Gott sei Dank was kühler. Und wie immer habe ich meine Maus vergessen. Meine Maus, meine Maus. Was haben wir denn da? Ah ja, das war das. So. Die große Herausforderung wird, du hast es wieder, äh, du hast wieder gewonnen. Du wirst echt gut. Die nächsten Digimon sind diese Kerlchen. Chrom Digizoid. Nehmen wir das. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo wir hin müssen. Ich glaube, das sagt ihr uns jetzt, ne? Hallöchen. Du hast also Kentarusmon und Kraniamon besiegt. Geh jetzt zum unterirdischen Forschungslabor in Roppongi. Du wirst nicht enttäuscht werden. Wen haben wir denn noch? Hier, ähm... Galantmon haben wir noch, ne? Galantmon? Und wen noch? Magnamon ist weg. Der ist weg. Ah, dieser schnelle Hund da. Roppongi. Shit, müssen wir hier hin, ne? Nakano Unterführung. Düm, 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 düm. Okeli, okeli. Wir machen aber hier... Hochsicherheit. Stufe 3. Stufe 3, du Ei. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe gar keinen Plan mehr, wo ich lang muss, ne? Ich war schon so lange nicht mehr hier unten. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewehr. Ähm, nichtsdestotrotz, es ist zwar nicht mehr so warm. Ich habe aber trotzdem das Fenster so ein bisschen, so einen Spalt offen. Ich hoffe, da hört man nichts. Nur zur Vorwarnung, falls man vielleicht das ein oder andere Geräusche hört, wie... Was weiß ich, einen Vogelswitschern. Die tollwütigen Nachbarn. Man kennt das ja. So, ich war gerade links. Dann geht es jetzt wahrscheinlich rechts. Wenn ich mich... Wenn mich nicht alles täuscht. So. Und er hatte... Rechts, so scheint es mir. Hin und wieder bin ich auch mal zu was zu gebrauchen. Heiwitzka. Wen haben wir denn hier? Ach, Kinaus, bitte. Dann gehen wir noch mal nach links. Ich meinte natürlich, dann gehen wir noch mal nach rechts. La-ta-ta-ti, la-ta-ta-ta-tum. Wusch. Ich bin mal so gespannt, was das jetzt geben wird. Da ist es. Ermitteln heißt Fälle oder Items suchen, ja? Ich gebe mein Bestes. Es ist zwar hart, aber gibt dein Bestes. Test, welches Digimon benutzt den Spezialmus fliegender Kuss? Frigimon macht Schneefaust. Lady Davimon macht diese Vampire. Dann muss es Vardemon sein. Theoretisch. Allerdings habe ich keine Ahnung. Alle Angaben ohne Gewehr. Oh nein, die. Okay. Was hatten die noch mal für einen Typus? Wisst ihr was? Ich lasse mich überraschen. Ich habe wahrscheinlich sowieso schon vergessen, gegen was ich gut bin und was nicht. Eine unkluge Herausforderung. Ich nehme sie an. Ist dir eigentlich klar, welch ein Narr du bist? Ich werde es dir zeigen. Ja gut, dann hat sich das auch schon erledigt. Ja gut, dann hat sich das auch schon erledigt. Hier. Ja. Ähm. Hier wurden wir ja von mehr oder weniger beiden vermöbelt. Tja. Ich könnte ja jetzt mal Titamon rausholen. Und man hört natürlich auch Hunde. Hm. Ja, Omnimon kann ich jetzt hier auch nicht rausknattern. Kuzuhamon. Ähm. Kuzuhamon. Was war nochmal dein magischer Angriff? Genauigkeit. AWN. Ich hätte anders machen müssen, ne? Aber gut, okay. Ähm. Wir nehmen mal Gaiomon. Hallo? Wieso geht das denn jetzt schon wieder nicht? Moment kurz. Live in der... Oh. So. Was ist denn hier los? So. Komm, lebe wieder. Lebe wieder. So. Ich kann euch nicht sagen, was da gerade passiert ist, liebe Freunde. Und ich weiß es selber nicht. Zack. Ey. Ich finde es schön, dass hier alle... Ich kann euch nicht sagen. Höh. Der Schaden war... Der Schaden war... Gelinde gesagt wenig. Liebe. So. Oder ich feuer jetzt erstmal alles auf ein. Das mach ich auch. Viermal kommen die dran. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt ist der da schon wieder. Wieso ist der so oft dran? Mich dümmt, ich habe den Falschen angegriffen. Also als Hauptziel. Alter, Mann! Ich hasse diese Kombi. Schon wieder Crit. Nein! Nein! Okay. Oh! Stich! Wieder das. Komm schon bitte, Critter! Yes! Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt volle Kanne Risiko gehen soll, aber ich lasse es. Ich gehe kein Risiko an. Geh! Seelenangriff, bitte! Okay, das reicht aber. Komm, jetzt killst du ein. Ich müsste mal was gucken. Ist Daten effektiv? Nein. Nein. Gut, dann holen wir einfach mal Kerpimon zurück. Ach, tausend siebenhunderte. So. Dann holen wir Kerpimon gut rein. Neptunmon. Und solch Omnimon. Komm, wir probieren es mal. Er hat zwar nicht sehr viel Leben, aber... Er hat zwar nicht sehr viel Leben, aber... Hm. Hey, Lee ist nicht! Jetzt kommt der mir schon wieder mit herrlicher Schweiß. Ich glaube, wenn Kerpimon dran ist, werde ich einen wiederbeleben. Ich glaube, jedes Mal, wenn Kerpimon dran ist, werde ich einen wiederbeleben. Ich glaube, jedes Mal, wenn Kerpimon dran ist, werde ich einen wiederbeleben. Ja! Überlege eine Kanonne! Badabadabum! Ist das ein schöner Schaden. So. Ist zwar was nervig... Ihr seid eigentlich schon hoch im Level. Warte ins Fall! Na, du mich auch! Du, 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 du. Leber. Omnimon. Dann kriegst du nochmal schön einen Schwer in dein Gesicht. Der Kampf wird nicht mehr lange dauern. Dann machen wir doch glatt. Cheetamon. Irgendwie finde ich Boltmons Angriff nicht sonderlich gut. Ich finde es auch schön, dass er die ganze Zeit mein Omnimon penetriert. Ich glaube aber, das war's jetzt. Und zack. Das war's, liebe Freunde. Nein. Bump, come! Aha! Das nenne ich doch mal schön. Sehr schön. Kuzuamon haben wir in letzter Zeit so selten im Kampf gesehen. Und das ist einfach mal mein mächtigstes Digimon. Das ist unfassbar. So. Wow, das stimmt. Die Antwort ist wahr. Oder Waitmon. Tja. Was passiert, wenn wir jetzt hier Export machen? Kommen wir hier an den Ausgang? Ich weiß es gar nicht. Zum Dungeon-Eingang. Je nachdem, wie man's sieht, ne? Okay, das war die richtige. Oh, das war sogar sehr richtig. Da, 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 da.